Für Stürmer Robert Lewandowski Foto haben die vermehrten Muskelverletzungen beim FC Bayern ihre Gründe in Trainingsdefiziten unter Ex-Coach Carlo Ancelotti. Wenn viele Muskelverletzungen passieren, muss man nicht die letzten Wochen des Trainings beobachten, sondern zwei, drei Monate zurückgehen, sagte der 29-Jährige gegenüber der Sport-Bild. Es ist wahrscheinlicher, dass dort der Grund liegt. Verletztenliste des FC Bayern zur Übersicht unter Ancelotti hatten die Spieler ungewöhnlich locker trainiert und sich teils freiwillige zusätzliche Einheiten draufgepackt. Wenn zu wenig trainiert wird, muss man individuell etwas machen, meinte Lewandowski. Nachfolger Jupp Heynckes intensivierte das Training, musste zuletzt aber ebenfalls einige Ausfälle verkraften. Während Thomas Müller nach seinem Muskelfaserriss vor dem Comeback steht und Arjen Robben sowie Juan Bernhard nach ihren Blessuhren nur kurz fehlen dürften, wird der Spanier Thiago nach einem Muskelteilriss bis zum Beginn der Rückrunde ausfallen. Zur Startseite Wienity �得an In Google Zuh Wie 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 Wie